In der Diversum gibt es einen Planeten, der von einer teuflischen Macht regiert wird. Aber es gibt einen Mann, der es mit dieser Macht aufnimmt. Zwischen den Guten und den Bösen entbrennt ein Kampf, der quer durch die Galaxis geht. Noch nie gab es eine Schlacht, die so gnadenlos geführt wurde. Noch nie war die Erde in einer größeren Gefahr. Keine Bewegung! Zeit, rück den Weg! Ist nicht drin! Sie kommen aus einer fremden Welt auf unseren Planeten. Dolph Lundgren ist der Retter. Frank Langella ist Skeletor. Beide verfügen über unglaubliche Kräfte. Sie sind die Herren der Welt, die Masters of the Universe.